Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Super Mario Galaxy. Lila Sterne sammeln, yeah! Und wir beginnen auch gleich in der Herbstwald-Galaxie. Und, ähm, ja, die letzten Sterne sind jetzt zu zahlen. Ähm, noch vier Sterne und, ähm, ja, das wären aber die schwersten, glaube ich. Na gut, wir gucken mal. Lila Münzen und Farbfrohnwald, yeah! Er ist so farbenfroh. Die Farben lächeln mich förmlich an. Und ja, wir müssen diese ganzen Lila Münzen auf Zeitdruck sammeln. Und das sind nur 100. Also wir müssen wieder alle sammeln. Und ja, deswegen... Juhu, ich freu mich. Ja, so. Ja, also mit den Lila Münzen, da haben sie echt was erreicht, äh... Da strapaziert man die Nerven des Spielbergs. Meine Nerven werden da so ein bisschen schauen, was geht. Oh, wenn alle Duty, dann ist ja alles in Ordnung. Okay, guck mal. Huh, yeah! Die Steine sind viel zu groß. So, die Bienen sagen einem immer, wieviel man, ähm, bis dorthin eingesammelt haben muss. Um auch wirklich die 100% zu schaffen. Und, ähm, ja, aber ich gehe davon aus, dass ich bisher alles reingesammelt habe. Weil, äh, was soll ich jetzt verpasst haben? Hier gab es ja nichts weiter. So. 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 So, so. 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 So, so. So, auch hier darf keine Münze vergessen werden. Das Schöne ist ja hier so, die ganzen Gefahren sind erstmal jeweilseitigt. Auch der Regen, auch wenn hier noch die Spuren vom Regen zu sehen sind. Aber die sind eigentlich weg. Das ist nur noch der Rest. Naja, der Rest ist feuchtig, geil. 70, yo, gleich. Und, geht doch. Nein, 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 ich will die Münze nicht. So, geht doch. Oh man, jetzt ist hier wieder ein Balanceakt. So, Himmel. Schön hier Ruhe bewahren. Moment. So, geht doch. Und, hoch damit. Ja, wir können noch einen Looter hin. Jetzt stecke ich hier fest, oder was? Was Hölle? Ach, ich bin noch draußen. Ja, ja, komm. Ja, eine Minute, die einfach nicht. So. Das wird spannend, Leute. Das wird spannend. 95, ja, 97, 98, 2 Münze fehlen. Das wird jetzt ja auch kein Problem. So. Scheint, passt das ja auch. Naja, ist doch schön. Und da haben wir doch, ähm, beim ersten Versuchrecht diese Galaxie abgeschlossen. Oh. Und, äh, noch drei Sterne verbleiben. Wunderbar. So, Galaxie komplett. Hö, hö, hö. So, speichern wir nicht. Wir erlauben uns das mal. So, hier ist die Karte. So, was gibt's denn noch? Was ist das? Feuereroption. Na gut, dann gehen wir zur Feuereroption. Wir haben hier schon nichts Besseres zu tun haben. Und der Roboter hat da einfach nur auf seine Kreise zieht. Naja. Dann ist es wohl so. Da muss jeder tun, was er tun muss. Und zwar muss man das tun. Da muss. Da muss. Die muss. Ja, muss alles. Okay, ich rede momentan nur sinnloses Zeug. Ähm, naja. Dann soll das wohl so sein. So. Das Luft. Das Lüftchen. Haha. So, von innen sieht's wieder mal sehr schön aus. Wirklich gut gemacht, finde ich. So. Okay, ich sehe schon, die letzten drei Sterne sind hier zu finden. Oh, verdammt. Finde ich irgendwie nicht so toll. Bei diesen Höhenverlies, da ist das auch nicht ganz so einfach. Beziehungsweise man geht ja mit diesen Fall. Ja, stimmt. Man hat bei diesen Höhenverlies, da hat man eigentlich keinen Zeitdruck oder sonst was. Also man kann da auch nicht sterben, aber... Nethofer an sich sehr blöd anstellt, kann man sterben, aber... Im Grunde genommen kann man da eigentlich gar nicht so wirklich sterben. Man hat keinen Zeitdruck. Und es ist eigentlich... Also schön, bloß die zu finden. Ähm, Traum. Ja. So, und das Schöne ist ja, man muss das hier nicht alles mit einem Musikokometen machen. So, und das ist ja noch die Härte, wie wir alle wissen. Das war es ja bei mir nicht ganz so einfach. Naja. Okay, wir springen einfach mal mit Kon vorbei. So, die zwei nicht. Ich hätte mich auch gewonnen. So, nehmen wir mal eine Wahl brauchen. Also, Mario stellt sich hier ein wenig stur, denn er weiß, es geht bald zu Ende. Aber er möchte noch nicht, dass dieses Abenteuer zu Ende geht. Er hatte so viel Spaß hier. Ja, das nehme ich gerne. So, ansonsten ist hier ja gar nichts mehr, oder? Doch. Okay, wie konnte ich die übersehen? Na egal. Nehmen wir es einfach mal mit, wenn wir schon können. Ich hoffe, ich habe sonst keinen übersehen, aber das ist bloß sicher. Ja, eigentlich nicht. Na gut, okay, das haben wir jetzt alle nicht gedenkt. So, ja, ihr scheint wohl viel nicht mehr zu sein. So, wo gehen wir denn jetzt erst? Ich glaube, ich gehe hier mal. Hier ist es doch am Schluss. Stimmt ja, war unanmüter. So, okay, wunderbar. Und jetzt sind hier noch ganz viel Spinsen versteckt. Und hier finde ich immer sehr schön, dass sie es hier so knapp machen. Naja. Oh, da war auch noch einer. Los, Spins hier, ich komme zu dir. Ich rette dich. Oh. Nein. Also, das wollte ich eigentlich nur. Und ansonsten? Ne, hier ist keiner mehr. Gut, 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 gut. Hier hinterher noch irgendwas? Wozu sollte man mir Münzen schenken? Wozu sollte ich auch treffen? Wozu? Mal diese Frage. Ich gehe hier raus. Gibt es doch nicht. Als ob er keine Chance hätte gehen. Ein einzig war. Flammentöter Mario. Ja. So, okay. 59, das sieht gut aus. Ne. Okay. Danke, Flamme. Du hast mir geholfen. Finde ich super. So, sag mir bloß, da sind jetzt auch noch Heli am besten. Nein? Okay, dann ist alles gut, dann habe ich nichts gesagt. Wieso, dann will ich nichts gesagt haben. So, und das erste Mal, dass hier in diesem Spiel diese Stelle hier wichtig ist. Naja... Vorher hatte sie ja keine Rolle im Spiel. Ah, das ist so knapp. Nein, das habe ich nicht gesagt. Noch habe ich nicht das verlangt. Oh, wohl, gehen wir mal hier hin. Gehen wir mal hier runter. Da war auch noch was. Ja klar, war da noch was. Okay, gut. Alles noch mal gut gegangen. So, und hier war nicht zweiter, oder? Nee, hier war nicht zweiter. So, dann lass dich mal fallen, Mario. Wenn du dich denn traust. Aber er traut sich. Na ja, dann... Ich habe mich ja alle Knochen... So... Hm, jetzt sind hier Präzisionssprünge gefragt. Also wirklich. Ah ja, Präzision. So, ich hoffe, hier war jetzt nichts versteckt. Aber hier durfte eigentlich nicht. Nee, da war nichts. Laps. Wuhu. Okay, ist auch absolut gar nichts. Hm. Okay, der Sprung geht gut nach oben. Nein, warum schüttet sie mich? Ah, egal. Nein. Okay. Na ja, okay. Das, 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 das ist egal. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich hier nicht sterbe. Haben wir hier ein ernstes Problem, Freunde? Ja. Schon gut. Schon gut. Ganz langsam. Ganz ruhig, Mario. Du schaffst das. Ganz ruhig. Alles ist gut. Ja. Okay, die letzte Mal. Schütteln. 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 So. Alles ist schön. Schütteln. Jetzt weiß ich nur nicht, wo der Stern gelangt ist. Darauf habe ich irgendwie, vor ... ... lauter Druck nicht geachtet. Aber ich glaube, der war jung. Oder? Teuge ich mich? Ja, okay. Ich habe recht. Super. Na denn, dann war ja alles super. Okay, so, zwei Sterne bleiben noch. Zwei fucking Sterne. So, die Lila Münzen im Feuerkessel. So, denn speichern war mal und ich würde sagen, ich beende diesen Part an dieser Stelle und sage bis zum nächsten Mal, Freunde, und ciao.